Heute am 8.8. ist Weltkatzentag. Für Katzenliebhaber ist das ja sowieso jeder Tag. In unserer Tiergeschichte widmen wir uns heute dem aktiven Tierschutz. Allerdings geht es um etwas größere Tiere, nämlich um Pferde. Wir besuchen jetzt gleich das Tricky Horse Training Center bei Edelsbach. Dort werden Pferde trainiert, die das Vertrauen in Menschen verloren haben oder ein problematisches Verhalten zeigen. Ziel des tierfreundlichen Trainings ist es, diese Pferde wieder zu sozialisieren und an einen guten neuen Platz zu vermitteln. Wakanda ist eine wunderschöne zwölfjährige Fuchsstute. Nach der Trennung ihrer Besitzer ist sie allerdings vier Jahre lang nur auf der Koppel gestanden. Im Rahmen des Projekts Lebenspferd des aktiven Tierschutz Steiermark wurde sie jetzt sieben Wochen lang von Pferdepsychologin Martina Klünzner trainiert. Das heißt, ich musste wieder mit ihr eine Beziehung aufbauen, ihr zeigen, dass der Mensch eigentlich ein guter Partner ist, dass man mit ihm wirklich Freude und Spaß haben kann. Und dazu gehört eine große Portion Vertrauen. Ich gehe wirklich auf die Psyche des Pferdes ein, auf den Charakter des Pferdes. Ist es eher ein aktives Pferd oder ist es eher ein Pferd, das eher ruhiger ist? Wakanda hat so große Fortschritte gemacht, dass sie schnell neue Besitzer gefunden hat. Serafin war beim Training oft dabei und so hat Wakanda das neu gewonnene Vertrauen auch auf sie übertragen. Für uns zahlt es sich definitiv aus. Die Martina hat einen super Job gemacht. Die Wakanda ist ja auch noch ein relativ junges Pferd, das sehr viel Bewegungsfreude hat, das Spaß hat am Arbeiten, am etwas tun und das ist auch etwas, wo ich Spaß habe mit den Pferden auch. Steiermarkweit sind 65 Pferde in der Obhut des aktiven Tierschutz, darunter auch viele Alte, so wie hier am Hof von Gottfried Auer der 33 Jahre alte Nero. Für ihn und andere Tiere werden so etwas wie Pferdebesucher gesucht. Es ist ein bisschen traurig zu sehen, dass wir sie nur abstellen. Wir wollen nicht nur Verwahrer sein, sondern aktiv mit ihnen was unternehmen und sie freuen sich, wenn dann Menschen kommen und mit ihnen was unternehmen. Denn die Beziehung, die man zu einem Pferd aufbaut, tut den Tieren immer gut, egal ob jung oder alt.